Und sich Tag 5 So mal schauen wir wieder überfallen werden. Ja, super. Immerhin versucht uns auszuräumen. Sie schien nicht sehr entschlossen zu sein. Sie haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Wir haben es bewaffnet, wir waffn sind. Sehr schön. Das lief ja perfekt. Oh, was fehlen? Teile fehlen. Verdammt. Dann würde ich sagen, nageln wir erst mal zu. Müde, hungrig. Ja, komm, leg dich hin. Du auch. Halt. Jetzt mal hier Filter ansetzen. Mehr Wasser. Na ja, kriegst du gleich. So, bitte. So, da haben wir jetzt mal zugemacht. Scherzen aus. Wir haben Stühle, wir könnten einen Sessel gebrauchen. Wir haben Betten, könnten unter vernötigen Bedingungen schlafen. Radio Hammer, Papische Hammer. Fehlt ein Kaffee und Zigaretten. Einige Löcher in unseren Wänden wurden mit Brettern zugenagelt. Wo ist noch nicht sicher genug? Okay. Dann schauen wir mal. Können wir noch einen Sessel bauen? Kräuterwerkstatt. Kräuterwerkstatt habe ich auch noch nicht gebaut. Können wir aufwerten? Echte Medikamente und Zigaretten und von guter Qualität herstellen. Machen wir das doch mal, hm? Äh, flupp. Mal gucken, ob heute wieder jemand vorbeikommt um 10. Sieht ja eigentlich ganz gut aus alles. Es war aber noch mal zu dem einen hingehen sollen und handeln sollen. Äh, was für eine Kippe. Wieso raucht der jetzt? Was soll das? Oh, wir brauchen mal Alkohol. Selbstgezogener Tabak. Was ist das? Tabak. Tabak. Drehzigarette. Mit vier Stück raus, okay. Da könnte man den selbstgezogenen Tabak herstellen. Kräuter? Kann man Kräutermedizin machen? Zigarette brauchen wir brauchen, wir brauchen was zum Besuch. Destillierer brauchen wir noch. Auch jemand Hilfe. Ich wohne nicht weit von hier und mit meiner Tochter. Ich habe gehört, ich habe gehört, dass sie bunte Häuser, Leerräume und Frauen vergewaltigen sollen. Ich kann die Türen verstehen, sie können allerdings durch die Fenster hereinkommen. Können Sie dabei helfen, sie mit Brettern zuzunageln? Die Rebellen haben meinen Mann erst im ersten Jahr des Krieges mitgenommen. Er ist immer noch nicht zurück. Wir sind ganz alleine. Bitte helfen Sie uns. Ich bin ja nett. So, jetzt ist der einen Tag weg. Was ist denn hier los? Du bist zufrieden? Unsere Nachbarn hatte Recht, uns um Hilfe zu bitten. Sie werden mir dabei helfen, ihr haussicheres zu machen. Ja, das finde ich auch. Und du? Ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, unseren Nachbarn in Not zu helfen. Sie ist wichtig, sich gegen sie... Es ist wichtig, sich gegen sie zu helfen. Ja, finde ich auch. Gut, dass die jetzt alle soweit glücklich sind erst mal. So, was haben wir denn jetzt noch? Holz brauchen wir. Holz. Nochmal Nahrung vielleicht. Ein bisschen Materialien. Schauen wir nochmal, was wir zum Upgrade brauchen. Ah, Haufen Holz. Könnte stressig werden. Dafür brauchen wir noch Holz und nochmal Teile. Okay. Ich gehe wieder hin. So, können wir wieder den Tag beenden. So, jetzt haben wir nur noch zwei da. Katja kann mal blündern gehen. Du warst Wache. Gab es da noch was? Ja, ne? Ich glaube schon. Dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir nochmal da hin. Am nächsten Tag. Da kann man dann handeln. Ja, das klingt gut. Im bombardierten Haus war alles offen, glaube ich. Ja. Mal gucken. Mal gucken, ob jemand da ist jetzt. Ne, nur die Maus. Mal hier hinten anfangen. So, einmal da in Leerräumen. War da unten noch was? Ja. Holz. Sehr schön. Mäuschen. Oder Rädchen. Oh, Medizin, sehr schön. Puh, wieder kein Platz. Goll. Die Waffenteile sind auf jeden Fall da. Das brauchen wir auch noch nicht. Buch auch nicht unbedingt. Düngemittel brauchen wir dann für die Rattenfalle. Oh, ein Alkohol, sehr schön. Bandagen. Tabak. Oh, hier sind wir Düngemittel. Oh ja, die brauchen wir unbedingt. Und Kaffee. Bandagen. Ah, ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Im Grunde brauchen wir ja alles. Irgendwo noch mit diesen Zahnrädern. Nee, ich glaube nicht. Von vielleicht noch. Nee. Da vielleicht. Nee. Nahrung. Kräuter. Teddybär. Rattenfalle. Bauen. Erstens mal dekrementieren. Zucker brauche ich zum, zum Destillator. Dann lasse ich das erst mal hier. Erstmal Zucker mit. Ja, das reicht. Auf zurück. Katja ist zurück. Desen. Und du kommst zu. Oder. Oder. Adjustable.